sondern was Interessantes erleben möchte, der geht mal in eine Schreinerei. Denn morgen und übermorgen laden die Schreiner in Bayern wieder zum Schreinertag ein. Die bayerischen Innungsschreiner sind auch ganz glücklich, wenn sie sich da mal anschauen, was in so einer Werkstatt los ist. Denn sie können da mit ihrem Nachwuchs zum Beispiel kommen, sich mal erkundigen, wie schaut es mit der Ausbildung aus. Und ich finde es einfach super spannend, mal zu sehen, wie so ein Stuhl entsteht, wie eine Küche entsteht oder ein tolles Bett. Bei uns ist jetzt der Herwig Danzer. In seinem Betrieb in Hasbruck findet auch einiges statt an diesem Wochenende zum Tag des Schreiners. Also erstmal mal Dankeschön, dass Sie den Weg zu uns gemacht haben auf Bayern Plus. Sehr gerne. Schön, dass Sie bei uns sind, denn das Schreinerhandwerk, finde ich, das erwähnt man viel zu selten. Denn die schaffen wirklich Tolles, die Schreiner. Wie schaut es denn da mit dem Nachwuchs aus? Wir sehen es auch so, dass Sie es viel zu selten erwähnen. Und mit dem Nachwuchs ist es nicht leicht, wie in allen Bereichen gerade im Handwerk, den Nachwuchs zu bekommen. Aber umso wichtiger ist es eben, dass wir nach außen auftreten, dass wir gemeinsam nach außen auftreten und eben dafür eintreten und zu sagen, es ist ein toller Beruf, es ist ein spannender Beruf, es ist ein moderner Beruf, es ist ein kreativer Beruf. Das alles wollen wir eben mit dem Tag des Schreiners erreichen. Das Schreinerhandwerk, das hat sich ja deutlich verändert. Also es ist nicht mehr so wie bei Meister Eder mit seinem Pumuckl. Da haben längst moderne Maschinen die digitale Technik Einzug gehalten, oder? Wir kämpfen tatsächlich noch mit dem Image von Meister Eder. Und lustigerweise sind es auch genau die Journalisten, die normalerweise unsere Hobelbank abbilden wollen und nicht unsere CNC-Maschine. Bei uns dürfen Sie mal über die CNC-Maschine sprechen. Die ist toll. Ja, was macht die? Die kann auf vier Achsen alle sämtliche Dinge tun, die sonst mit den konventionellen Holzbeabgangsmaschinen wie der Fräse, dem Dickenobel und auch den Schleifarbeiten gemacht werden sollen. Und der große Fehler dabei, der häufig gedacht wird, ist, dass die Kunden dann davor schon sagen, das macht ja bei euch alles der Computer. Aber dass man natürlich, anders als man früher die Maschine per Hand eingestellt hat, das jetzt halt am Computer machen muss, ist es natürlich immer noch die kreative Arbeit des Schreiners, die die Maschine steuert. So wie das Word-Programm keine Texte schreibt. Ja, richtig. Guter Vergleich. Nun ist es natürlich so, dass man den Schreiner auch oft am Bau braucht, zum Fenstereinsetzen, zu allem Möglichen. Und auf der anderen Seite ist der Schreiner aber auch ein Stück weit Designer, so wie bei Ihnen. Sie haben zum Beispiel ein gutes Geschäft, was Vollholzküchen angeht. Wie groß ist denn die Lust am Designen bei den Schreinern? Das ist eigentlich einer der wichtigsten Teile seiner Arbeit, denn nur dadurch, dass er gemeinsam mit dem Kunden die Möbel entwirft, die Küche entwirft, das Bett entwirft, nur dadurch wird es für die Kunden dann wirklich ein persönliches Möbel. Es wird genau der Grund dafür, dass sie beim Schreiner einkaufen und nicht beim schwedischen Kollegen. Ja, zum Beispiel. Bei Ihnen sind recht viele Frauen Schreiner, ne? Ja, das hat sich einfach im Laufe der letzten 30 Jahre so ergeben. Und es macht einfach Freude, halt in einem Team zu arbeiten, wo man gemeinsam versucht, das Ganze voranzubringen. Wie so eine Vollholzküche zum Beispiel entstehen kann und ob das wirklich so viel teurer ist, was man beim Schreiner kauft im Vergleich zu so manch anderen Möbeln und was genau am Wochenende stattfindet, darüber sprechen wir gleich mit Herwig Danzer. Und Holz ist immer eine gute Wahl, um es sich gemütlich zu machen zu Hause. Sie könnten auch mal beim Schreiner vorbeischauen, zum Beispiel bei die Möbelmacher.de. Da finden Sie alles Gute zum Einrichten. Echt vom Schreiner gemacht. Herwig Danzer ist der Chef dieser Firma. Er ist bei uns und hat seinen Betrieb in Hersbruck mal kurzzeitig verlassen und ist zu Bayern Plus gekommen. Denn wir sprechen über den Tag der offenen Schreinerwerkstätten an diesem Wochenende, morgen und übermorgen. Da findet quer durch Bayern eine ganze Menge statt. Wir haben gerade schon gehört von Ihnen, Herr Danzer, dass es mit dem Schreinerhandwerk schon so ist, dass man jetzt moderne Technik längst können sollte oder lernen sollte, dass Frauen auch gerne Schreiner werden und dass Schreiner nach wie vor Lust auf Design haben. Sie stellen in der Hauptsache, glaube ich, Vollholzküchen her, aber nicht nur das, ne? Nein, wir sind Kompletteinrichter. Es geht ja darum, dass wir im Prinzip vom Grundriss aus, manchmal mit ein paar Fotos, einfach komplett einrichten. Im Idealfall natürlich das ganze Haus. Das geht bis zur Beleuchtung. Das geht zu den Polstermöbeln, die Matratzen. Es geht ja darum, im Prinzip aus diesem Raum genau das zu machen, wo die Kunden dann gern drin leben werden. Und in unserem Fall achte man natürlich auch noch ein bisschen auf die Gesundheit. Das heißt, Massivholzmöbel sind da natürlich ein wichtiger Part, nicht nur im Schlafzimmer. Ja, allerdings. Und kein Gift drin, ne? Das ist wichtig, ja. Das finde ich auch total wichtig. Aber nochmal zu diesen Vollholzküchen. Ich denke mir immer, wenn man, es gibt viel Küchenwerbung im Fernsehen, ja, zum Thema Billigküchen. Aber es gibt natürlich auch teurere Küchen, wo ich mir manchmal denke, boah, das kostet jetzt einmal richtig Geld. Da könnte ich doch auch zum Schreiner gehen. Der Unterschied ist einfach, dass beim Schreiner zahlen sie Material und die Arbeitszeit. Das heißt, es ist ein ganz fairer Tausch. Da ist kein Handelsbetrag drin, der da noch zusätzlich dazukommt, sondern da zahlen sie einfach genau das, was sie später dann in ihrer Küche drinstehen haben. Und das ist aber so individuell, genau so, wie sie sich das eben gedacht haben, wie sie idealerweise auch gut beraten würden. Und das ist im Prinzip unsere Stärke, die ganz persönliche Küche, die man gemeinsam auch beim Kochen, beim gemeinsam Diskutieren entwickelt. Denn das Kochen ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil in der Küche. Das Möbel an sich ist eben nur ein Teil. Und deswegen kochen Sie auch gerne am Tag der offenen Werkstätten, ne? Bei Ihnen gibt es ja sogar Kochshows. Am Tag des Schreiners ist bei uns auch immer Tradition, dass wir Kochworkshops anbieten und da mit Kunden richtig, richtig kräftig von 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr gemeinsam kochen. Aber man kann natürlich auch einfach so reinschauen und das nur beobachten. Oder es gibt auch immer wieder Leute, die gerne mal zum Essen reinschauen. Das ist auch schön. Was gibt es denn bei Ihnen? Naja, ein wichtiger Teil ist, wir achten ja auf das Holz aus der Region und natürlich müssen wir auch bei den Lebensmitteln da konsequent bleiben. Wir haben das Rind vom Hutanger, wir haben Weideschweine. Wildschwein? Kein Wildschwein, nein, das Weideschwein. Schau, aber da sind viele unterwegs. Das Weideschwein, aber auch einfach ein Saibling, der eben auch Heimat auf dem Teller ist. Also um diese Dinge geht es da. Sie haben es jetzt geschafft, dass mir am Vormittag schon das Wasser im Mund zusammenläuft, wegen dem Schweinsbraten, am gescheiten oder am schäuferlichen. Ja, Sous Vide gegart. Wird nicht der klassische Braten, sollen wir garen Sous Vide. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen viel Freude an diesem Wochenende. Herwig Danzer von diemöbelmacher.de, einem Betrieb in Hersbruck. Denn am Wochenende ist Tag der offenen Werkstätten, Tag des Schreiners. Und auch bei Ihnen in der Nähe gibt es ganz sicherlich einen Schreiner, dem Sie da mal über die Schulter und in die Werkstatt schauen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin, guten Appetit beim Essen kochen und alles Gute. Danke fürs Kommen.